. 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 Ich würde langsamer fahren. Super! 1-2-0-Linksstellung! Vorne, vorne, vorne! Vorne, vorne! Gas geben, Gas geben! Los, los! Brems! Gas geben! Ja, das ist jetzt noch mehr Bremsen! 1-2-0-Links! Ja! 2-0-Links kalian! 2-0-Links! 2-0-Links! 3-0-Links! 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 Und... Habt ihr das gesehen? Es ist in dem Fall hier besser ohne Viersperre zu fahren. Weil ich glaube, ein Rad auf dem festen Untergrund kann dann bremsen, wenn die jetzt auf dem Viersperre nicht arbeiten. Wär zu wenig bremst. Das ist schön, aber... Das ist gut. Aber ich kann es auch nicht mehr. Das ist gut. 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 Vielen Dank.